Musik Halt, stopp, die Seyra hat mein Fahrrad geklaut! Habe ich natürlich nicht, aber lass uns mal gucken, was wir tun können, wenn das wirklich passiert. Seyra hat gerade so getan, als würden sie Karl das Fahrrad klauen. Was müssen wir denn tun, wenn das wirklich passiert? Also, wenn das wirklich passiert, erstmal Vorsorge treffen, dass es nicht passiert, das heißt, man muss das Fahrrad richtig versperren, das werde ich euch dann gleich zeigen. Und zweitens dann natürlich sofort zur Polizei gehen und Anzeige erstellen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Fahrrad richtig abschließt. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also, ist es so sicher? Nein, ganz schlechte Möglichkeit. Wie schaut es damit aus? Zweite Möglichkeit, man schiebt es durch, verbindet den Rahmen mit dem Hinterrad. Besser? Immer noch nicht sicher, sind wir uns einig. Am sichersten ist es natürlich, wenn ich das Fahrrad mit dem Geländer oder einem festen Gegenstand verbinde. So ist das Fahrrad gesichert. So kann ich es ja nicht mehr wegschnappen. Musik 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 Vielen Dank.